Ich bin nur noch zu zweit. Weiß ich nicht. Scheint so. Oder der andere, der denkt sich nur so, ein Gentleman schweigt und genießt. Ne, wir sind nur noch zu zweit. Aber jetzt kommt noch einer. Auf Nidak. Auf Abruf. Spuck sich. Bowling, ey. Im Ernst. Das wird so behindert. Soll ich mal ein 3 nehmen oder 4? Die ist noch kürzer als die andere. Warte, oder ich mach 7. So. Spielen. Oh, hat der eine gerade Glück gehabt, ey. Wollt gerade loslegen. Hattest du gerade Glück, ey. Wieso? Dass ich dich nicht überholt hab in der letzten. Hättest du jetzt sagen müssen. Habe ich extra gemacht. Ich wollte dich überholen lassen. Äh, ja. Nehmen wir mal den Tropus Rally. Ist mal was anderes. So, und jetzt? 10.000. Ich mach auch 10.000 auf mich. Na, hopp. Schneller. Du musst auch noch, ähm... X da drauf drücken, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, jetzt konnte ich nicht wetten. Fuck. Ich werde eh verlieren, ey. Alter, mein Auto vibriert voll. Ich komme. Ja, sicher. Oh. Ja, wo kommst du denn? Alter, jetzt geht's ab. Oh Gott. Ich seh's schon kommen. Niggel. Oh. Alter. Ich springe. Nee, da ist Bowling. Wer hätte das gedacht? Komm, fahr mal gegen einen. Nein, was war das denn? Ja, sicher. Hi. Ey, du Arsch. Fuck. Du bist der richtige Arsch. Wolltest du auch machen gerade? Ja, sicher, ey. Und ich hab 10.000 gewettet. Tschüss, 10.000. Tschüss. Wie viel hatte ich eigentlich vorhin bekommen? Weiß ich gar nicht. Wie viel hast du bekommen? 6.200 oder so. Ja, dann hab ich auch so irgendwas in der Richtung. Danke. Du Arsch, scheiße. Danke für den Schub, ne? Gern geschehen. Hab ich doch extra gemacht, weil du mein Freund bist. Oh. Du bist so süß. Ich weiß. Oh Gott, du fällst raus, Alter. Ich kick den jetzt weg. Pass auf. Nein. Warte, ich schau hinter. Kick ihn. Kann ich nicht. Ich komm nicht dran. Aber der kommt an mich dran. Ich fahr auf den. Yes. Der hat gewichst, Alter. Gar nix. Was? Der hat gewichst? Ja. Abgewichst ist der. Boah, Alter. Alter, mein Auto macht fast zaltlos. Nee, nee. Ey, ich hab 10.000 gewettet. Du nicht. Ey, der fällt voll auf mich drauf. Ja, und? Dann sind die 10.000 mein. Wieso dein? Keine Ahnung. Krieg ich die nicht? Weiß ich nicht. Wenn du die verlierst? Mann. Nee, du hast ja nicht gewettet. Fuck, stimmt, ne? Nächstes Rennen wette ich. Ich nicht. Oh Gott, ich mach ein Salto. Hat sogar geklappt. Ey, ich fall voll auf den drauf, glaub ich. Pfff, voll hervor dem, ey. Genau vor dem. Vor der Nase. Der denkt sich auch nur so ein Nickel. Mann, ey. Ich will den immer kicken, aber der... Boah. Jetzt bin ich irgendwie der Letzter. Scheiß Map. Dislike. Dislike. Naja, man muss ja auch mal verlieren, ne? Wenn man die letzten, die man immer gewonnen hat. Stunt Kamera. Wow. Alter, ich fliege da nur so weit weg. Hm. Ja, halt mal an. Nö, nö. Hier ist eine nackte Frau. Echt? Ja, halt mal an. Warte, ich fahr zurück. Nackter Fuchs. Oh nein. Ah, gut. Der ist in meiner Nähe, ey. Ja, ich auch. Bleib weg von mir. Komm her. Mit so'n Lolli? Nee. Ein Flick'n Lick? Ja. Ja. Schick ihn per Post, okay? Okay. Damn. Boah, ey. Ey, der ist voll hinter mir. Den ist ja auch mal. Den denkt sich auch nur so. Lecken. Na, lecken. Ja, der will an meiner Stoßstange lecken. Ich auch. An meiner Heckstoßstange. Friss meinen Staub. Friss Staub. Ey, hoffentlich gebe ich dem nicht keinen Bitch. Keinen Bitch? Keinen Bitch, ja. Ich will dem keinen Windschatten geben. Nein. Der fliegt über mich. Nein, doch nicht. Aber der ist genau hinter mir. Ja. Ich hab ihn abgedrängt. Ja, halt, Mann. Wir fanden zusammen Hand in Hand ins Ziel. Nein! Nein! Der ist Erster. Ja, ich seh's. Ich fick ihn in der Luft. Ich rape ihn. Ich bin ein Arschloch. Ja, Windschatten. Windschatten. Ich komme näher. Echt? Ich bin ganz nah. Das hört sich an, ey. Hallo, mein Freund. Hi. Nein, drifte jetzt bloß nicht, du scheiß Auto. Du hast doch einen Drifter, glaube ich, genommen. Ja. Der hieß sogar Drift. Ja. Muss er driften. Ne, muss er nicht. Oh Gott, der ist schon wieder hinter mir. Ich auch. Dann bleib weg. Nein, der springt über mich. Was ein Arschloch. Egal, ich nehm Windschatten. Bruder, ich nehm Windschatten. Bruder, ey. Ich schon. Ich schwör, ich nehm... Ich schwör. Nein! Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Nein, nicht schon wieder. Ja, die 10.000 sind weit. Ey, schon wieder. Nein. Ey, nein. Nein, ey. Und ich bin letzter. Nein. Was, nein? Ja, ich bin letzter. Ach, ist doch nicht so schlimm. Doch. Man verliert doch mal im Leben. Nein. Da fliegen sie beide hinter mir. Wo ist das Ziel? Vor mir direkt. Okay, dann nehm ich schnell Windschatten von ihm. Boom. Dann verpiss ich mich. 10.000. Nein, ey. Komm. Das ist doch kacke. Nein, ey. Ich hab grad getrunken. Ey, wieso hab ich nur 8.000? Ja, halt mal dein Maul. Ja, hallo. Ich hab 10.000 gewettet. Ich will mindestens 18.000. Oh, Mann, ey. Das kriegst du halt nur, wenn jemand noch mitgewettet hat, ne? Mann, ey. So asozial. Ich gönnte einem auch gar nichts. Was machen wir jetzt? Chilliatt? Boah, krass. Auf geht's, Chilliatt. Jetzt sind wir zu zweit, glaub ich. Nein, ey, der kommt schon. Ja, wir sind... Ja, ne? Ne, ne, ne. Ne? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Guck mal, ich dance doch voll ab in den Autor, ey. Oh, ne, einer hat ein getuntes. Der kann ja nur gewinnen. Vielleicht auch ein schlechter Fahrer. Hoffentlich. Oh, ich bin erster, bitch. Nein! Sorry, bro. Machst du das? Bist du der Gewinner? Ja. Naja, wenigstens hab ich eingecrasht. Hätte ich mal 10.000 gewettet, ey. Oh, ich hab den Host gecrasht. Ja, jetzt wirst du gekickt. Hoffentlich. Alter, irgendeiner fliegt voll über mir. Alter! What the fuck, alter. Ah, voll gecrasht, die Bisse. So macht man das heute. Ich wünsche... Wie er rumschreit. Ey, ich bin Dritter. Ich bin Fünfter. Nice. Scheiß Musik. Ich kann gewinnen. Ich kann gewinnen. Oder von dir. Das Spiel des Glücks. Und des Schicksals. Boah, wenn du mich crasht, dann crashe ich dich. Ja, Mann! Ich bin Zweiter. Wenn du mich kaputt machst, mach ich dich kaputt. Nein! Ja, was? Oh Gott, da hinten kommen alle schon an, ey. Ja, Mann. Boah, ich hab jetzt gar nicht oft nach vorne geguckt, ey. Ja, Mann, ich hab ihn gedreht. Oh Gott, da kommt der Host. Alter, ey. Da kommt der Host. Jetzt wird's böse. Das ist eine Bedrohung. Ja. Entweder überholst du den und kassierst den Sieg. Oder du lässt den Vorrang und... Ja. Wie viele Runden sind's? Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, die fliegen über mich. Ja, ich? Nee, doch nicht. Ich bin Dritter gerade. Ich bin vor dir, äh, hinter dir. Du bist der Erste. Ja. Warum? Weil ich cool bin. Das ist Get-Rap. Oh Gott. Komm, Host. Du kannst nix. Nein. Nein. Der Flüsch da nur weg. Peace, Bro. Was geht ab? Ja, Mann. Ich bin Erster. Ich komme. Nein. Geh aus meinem Witzschatten raus. Nein. Alter. Boah, jetzt geht ab hier, ey. Äh, what the fuck, wohin müssen wir? Geradeaus. Unsere Street. Unsere Street? Puh, Strassenabitur. Oh Gott. Boah. Ich crash dich nicht, okay? Puh. Oder doch? Ich verarsch. Der f***t. Ich könnte mich nicht entscheiden. What the fuck? Kameradenschwein, ey. Nein. Das hast du jetzt davon. Egal. Ich dreh mich wieder gescheit. Ja. Nein. Der hat mich reingeschopft. Zweiter. Der hat mich reingeschopft. Der ist geil. Der ist geil. Das hat keiner gewettet, wa? Doch, ich. Ja, aber nur du. Weiß ich nicht. Der explodiert erst mal. Der hat mich reingeschopft. Er so lolol. Nice. Wie kann man schreiben? Ach auf T. Also nicht. Da. Pushed you into Finnish. You are welcome. für 1000 hat keiner gewettet ich habe ich habe das gewinnt aber nur 4000 gleich mal gefällt mir gut weil du jetzt gewonnen hast ja klar mace bank hinauf mace bank hinauf und das dran drunter und drüber ja es wird drunter und drüber ja was du dings gemacht eins was was hast du gemacht gar nichts konnte gar nicht quälen schnell aus motorräder oder vorher eine vorzeuge ist wieder an so doch vorher kann man nicht schubsen simon ist der host klar kann man schubsen ja aber nicht so kraft zwei runden okay 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 der schreibt er so ich werde euch alle besiegen ich nehme mein eigenes getuntes sonst hat keiner was gewettet aber schweine aber wir beide ja ich ja einer hat noch 1000 gewettet ja immerhin bist du wieder erster weiß ich nicht kann sein ja bin ich ich komme jetzt gleich ne ich auch ne ich bin zweiter du bist erster jetzt ne ne komisch perfekter start alter du auch lol da kommt eine mit alter die pinke geht voll ab ja sicher die überholen mich alle ja die haben eigene fahrzeuge wahrscheinlich ey wir müssen gleich mal wieder eigene lobby machen keinen bock auf eigene fahrzeuge da raten die alle ja egal ich hab den schatz was war das denn was war das denn ich bin voll weg geflogen ja ich hab's gesehen ich bin zehnter wo bin ich hingefahren gegen botch denn oder wat ah die pinke ist weg echt aber die pinke wie die abgegangen ist die eine ey die blonde ah die pinke ist alter voll am raten die pinke ist zweiter ja dann war das ne andere ich bin zehnter schon wieder ey ich bin vierter man ey und ich hab 10.000 bitte ey ich gönne euch gar nix boah volles Arschloch die vier Windschatten bitch die pinke ne ich geb natürlich jemanden Windschatten achso du bist aber nett ne mein motorrad eher ja soll ich absteigen und bei dir hinten drauf kommen steig auf brau äh brau brau boah ich hab auf meinem Bildschirm gespuckt das sieht so eklig aus das wollt ihr jetzt auch wissen ich bin dritter neunter ich glaub die macht auch ein wheelies damit man nicht bei ihr Windschatten machen kann keine ahnung keine ahnung du hast bestimmt so ein Nerd mit Pickel frisse ey wer der mit dem Vibe die pinke ja welche frau fährt es so gut weiß ich nicht Rennfahrerin 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 wieso hab ich denn ganze Zeit Musik an alter weiß ich nicht ich geh mal das geht nicht ey die ist einfach schneller als ich du bist erster du bobo was du bist erster nice geil geil ja voll geil ja ich wollte dir das extra ich wollte extra meine 10.000 geben ja ja genau nein die Schlampe nein Jensi nein ey wieso wieso überholen dich alle weiß ich nicht eigene Fahrzeuge wahrscheinlich Hex Hex Hexer Hexer wenn einer bist derzeit so Hexer 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 Cheater Hexer Metal Leute Metal Leute Servus Warte denn jetzt bei dir irgendwas nein das war bei dir nein ich schwör dir das war bei dir nein bei dir oder keine ahnung ist mein PS3 explodiert oder was Hexer Achter bin ich jetzt yay nein die Schlampe ist erster ich bin nur zweiter das gibts doch nicht oh man Ah ne das ist kacke Ja Die hat 100% gecheatet Hat die auch Nein komm 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 Das wird gut Ich wollte noch ins Ziel kommen wenigstens Achter Hexer 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 Ja du hattest ein Achter am Reifen Ja Oh man ey 2700 2700 Cheater Cheater Gothic Nein 10.000 verloren Sieht aus wie so ein Emo ey Oh man Dislike Schreib mal und so Hals scheiß Hacker Fucking Hacker Ich hab 10.000 verloren Scheiße Du auch Why was James always faster I always faster Bad Sweetheart Stunt Nachtrennen Ne das hatten wir schon Egal Oh man ey Was hat die geschrieben? Ja Du? Ich mach immer Pausen nach 3 Rennen Ja Ähm Was wollte ich jetzt äh Was hat die geschrieben? Nix Achso Was soll die geschrieben haben? Fuck das Game Ja I'm a Hacker oder so Einmal Hacker Die machen schon wieder eigene Fahrzeuge Na Alter guck mal wie viele da jetzt reinkommen ey Full Lobby ey Da lohnt sich ja 10.000 Ey das sind Das hatten wir doch gerade Das dann chilliert hätten wir doch gerade Mhm Da war ich erst dann ne? Ne Doch Ne Doch Ja im Traum Ne ne da war ich wirklich erst Ja ja Da wurde ich reingeschubst in die nächste Ziel Ich weiß doch Ja nehm ich das 10.000 Doppelpunkte Und wie viele haben? Weiß er nicht Weiß ich gar nicht Wie viele da bin ich? Okay ich hab Standbild Ich auch gerade Ich seh mein Männchen nur Ja Du du ist aus der Lobby entfernt Echt? Nein Noch nicht Aber kommen wir jetzt bestimmt Die fahren schon los? Oh man Ja Buck Schreibt einer Rie Rally Rally Ja lass meine eigene Story machen oder so Ja Ja Jobs Jobs spielen kann ich gar nicht Mach ich mal spiel verlassen Ne ich krieg ja auch 5 verlassen Warte Neue Sitzung finden Neue Sitzung finden Ja ich auch Muss mal gucken Jetzt kann ich auch wenigstens erstmal Musik ausstellen komplett Ja Ja und die Videos kann ich angucken So ich mach jetzt mal geschlossen oder? Oder offen Offen oder? Offen Offen Sitzung alle Rote Vogel Rote Vogel Rote Vogel 5,2 Kilometer macht zwei Runden Geländewagen Ja Oh Gott Ja 5,22 ist nicht so viel Das war wie die ähm Mach zwei Runden Das ist wirklich nicht weit Mach zwei Runden Ok Glaub mir Ja Ja Doof man Start ruhig Ja Ja Da kommt es nicht drauf Kommt dann eh nachher welche dazu wieder Ok Das hat nur eine Wertung von 78% Ja und? So Das Auto ist geil Echt? Drone Welches nimmst du? Äh Desert Raid 10.000 10.000 Hm Wieso bist du schneller? Hallo? Hi Wieso bist du schneller? Hallo? Hi Du hörst dich total angeschöpft an irgendwie Angeschöpft? Als wenn du gerade schwitzt und so Arschloch Du bist das Arschloch Hm Wo bist du denn? Ja Ja Wo bin ich denn? Ich war auf dem Kopf gestanden Was machst du denn für Sachen? Ja Hoffentlich fliegst du gegen den Propeller Oh Gott Ich komme in mein Freund Ich komme Ich komme In mein Ohr Wie? Ich bin hinter dir mein Freund Ich bin hinter dir Nein Alter ey Oh Oh Soll ich warten? Ne passt schon Im Ganz tief im Inneren Dann sagst du gerade so Asshole Asshole Oh Mann Hast du 10.000 gewettet? Nein Gut Wo bist du? Vorne Vorne Diese Angabe Ich bin gerade bei einer Kurve Ja hier sind ja auch Ja genau Und ich flieg schon wieder drüber Ach komm Ich hör dich nur mit dein Pfff Komm ich warte ein bisschen Brauchst du nicht Ich bin aber nicht so ein Arsch Brauchst du nicht Doch Ne ne brauchst du nicht Ich bin der Eigenverschulden Oh Mann ey Oh Mann ey Oh oh Hab dich gerade gesehen Aber du bist verschwunden Ah da bist du Shit Shit Der Wagen ist voll lol Voll lol Voll lol Scheiße da ist er Was ist mit dem Scheiß Messer? Scheiße da ist er Echt? Ja Ich komme In dein Ohr Ja 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 Du wolltest es ja Oh mein Bein juckt Nein Ja das ist mir vorhin auch passiert Hier du Penner Verstehe ich gar nicht Verstehst du nicht? Ne Soll ich mal richtig assi sein? Was? Soll ich mal assi sein? Mach doch Schaffst du aber nicht Doch Nein Wollen wir wetten? Das ist gar nicht nötig Oh PJ Du tust mir irgendwie leid Ja? Ein bisschen ja Oh Mann ey Du willst mich bestimmt schon erwürgen ne? Nee ich will den Propeller gerade erwürgen Dieser Hurensohn Ja genau Und ich habe es dir vorhin gewünscht ey Das ist bestimmt die Revenge Der Anderen ein Loch gritzelt selbst hinein Egal ich bin in deiner Nähe Oh Mist Komm salto Wow Oh nicht gut Nein 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 Was ist passiert? Oh ich liege schon wieder auf dem Dach Danke Bitte Scheiße Oh Mann oh Mann oh Mann Gerade war lustig mit dem Anderen Äh Lass mal im Cockpit fahren Cockpit? Ja. Wie, meinst du das? Ja, die Sicht hier so. Drück 2. Ist doch voll eklig. Ja, ich weiß. Ist doch geil. Dann fahr ich ja noch schlimmer, wie ich jetzt schon fahr. Fährst du voll gut? Ja, ja, schön wärs. Ich wollte noch ein bisschen bremsen. Sechs Minuten hat das Scheiß rein gebraucht. Ja. Wie viel Geld kriegt man dafür? Ein Bücher. 9000. 6000. Oh, ich bin Level 78. Angedockt hier. Jo. Machen wir jetzt. Nachbrennen? Nachbrennen. Durchflug. Durchflug. Was ist das Sturzflug? Hatten wir noch nicht. Lass machen. Nachbrenner hatten wir auch noch nicht, ne? Doch, ganz am Anfang. Mit dem Motorrad. Wo wir nachts gefahren sind. Ah, okay. Die allererste. Die erste. Ist schon wieder irgendwas explodiert, ey. Wo? Da irgendwo im Spiel. Hab ich gehört. In der Online-Sitzung? Ja. Na boah. Hatte jemand wieder Kopfgeld? Bestimmt. Supersportwagen. Verhandlungen. Wollen wir mal Verhandlungslevel anmachen? Ne. Supersportwagen. Ah. Oh, nein. Oh mein Gott. Direkt 10.000. Zum Glück eigene Fahrzeuge. Aus. Ja. Schweinchen. Schweinebacken. Schweinebacken. Schweinebällchen wollte ich schon sagen. Schweinebällchen? Ja. Beste. Don't fuck the host. Schau mal, wie viele mit Maus spielen, ey. Can we have to catch up and slipstream off? Nope. Nein. Schreib nope. Also, no. No. Overlaid Diesel. Warten wir noch auf den einen. Ja. Denken wir los. Ja. Pfff. Pfff. Der verlässt das jetzt. Mag ich nicht. Selber. Pfff. Das mochte er. Hätte er nicht reinkommen müssen. Ja. Hatte den hier Probleme. Ich nehme mal den ETR1. Glaub ich nehme mal... Den ROT. ROT. Den RE7B? Oder nee, ich bleib beim X80. Ich nehme Tyrus doch. 10.000. Machst du auch? Alter, da ist voller dästliche Vibe neben mir. Da musst du in der Aufnahme sehen, ey. Echt? Richtig hässliche? Ja. Sieht aus wie ein Schweinchen. Im Ernst? What the fuck? LOL. War das ein Bug? Scheint so. Ja, sicher. Ihr Pissgeburten, Mann. Boah, ich hasse euch alle, ey. Ja, ich auch. Die crashen sich da alle gegenseitig. Die Biss. Oh, Mann. Wie viel da bist du? Ah, da bist du. Komm gleich, Bro, ne? Ja. Schau mal nach hinten. Bin ich letzter? Nee. So. Jetzt könnt ihr mich mal, ey. Bevor wir gecrashen. Oh mein Gott. Alter, jetzt geht's ab hier. Oh Gott, Alter. Alter, mein Motor überhitzt. Der ist doch... Alter, was hier abgeht bei denen? Alter, what the fuck? Ich bin sechster. Ich komme, Bro. Nein. Tja. Ah. Ja, du bist in ein Loch geteilt selber rein. Ja. Wie war das? Ja. Ist das nicht. Oh, Mann. Mann, verpiss euch doch. Ey, du bist hinter mir. Danke. Danke für den Anschub. Ich hab einen weggedrückt. Mann, ey. Jetzt bist du vor mir, ne? Fuck, geh doch weg. Ja, du bist vor mir. Neuenteil. Ich bin hinter dir, Bro. Komm. Salto. Okay. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut, nein. Okay, nicht gut, hast du gesagt? Doch. Sorry, ich hab dich geschubst. Verbiss dich! Nein! Du bist ein Arschloch. Ja. Die Lache. Ey, nein. Wenn ich's jetzt nicht schaffe, ne? Fick dich! Wir mögen uns doch. Wir mögen uns. Ja, klar. Wir lieben uns. Wir lieben uns. Ja. An alle zu Show, es ist offiziell. Ich bin gay. Oh Gott. Ey, die machen mein Auto in meinen Arsch, ey. Mein Richter Rückspiegel schon... äh, mein Richter Rückscheinwerfer schon im Arsch. Frag mal mein Auto, wie's dem geht. Alter! Oh mein Gott! Ich bin nur noch Zehnter. Achter. Echt? Und du wolltest 10.000 wetten. Siebter. Ja, ja, warte nur, ich komm nur. Doktor Pinkies. Ich komm nur. Ich komm noch. Ja, ich würd' mal sagen, GTA macht uns so sprachlig aus Tänica. Oh Mann. Ja, weil man sich so anstrengt. Ja. Ich komm gleich. Mann! Ich bin hängen geblieben. Ich weiß. An so ner Kackkurve. Achso, du meinst geistig? Nein, nein. Das weiß ich nicht. Ich hab dich gesehen, meinte ich so. Ja, ja, genau. Ja, doch. Das musst du nicht entschuldigen. Es ist aus. Mann. Alter! Seite oder linke? Rechts. Dann komm ich von links. Hinter mir ist so ein Zigeuner, ey. Ist alles Zigeuner. Dislike. Dislike. Oh, da ist schon das Ziel. Nee, oder? Will nicht Zehnter sein. Oh Mann. Schade. Oh yeah. Ach komm, du kannst dich doch jetzt auch runterfallen lassen. Hast du hier verloren. Echt so? Boom. Du bist siebenster. Siebenster? Remy, Kung, Fu. Geist who is a noob, no fucker. Der rastet auch voll aus. Zehntausend Wettverluste, ey. Ich bin so blöd, ey. Tja. Immer schön bewerten, damit man noch plus 50 erpickt. Echt kriegt man da plus 50? Ja. Oh Mann. Minus 10.000 Dollar, ey. Euro. Fick die Kacke. Minus 10.000, äh, Florin. Florin. Sind wir hier in Assassin's Creed? Ja. Stunt Laola, Stunt... Laola hatten wir noch nicht. Ja, ey, die wollen alle Stunt Motor Bowling. Ja, sollen sie machen die Bobo. Hatten wir schon. Ja, wir müssen das automatisch mitmachen. Scheiße, kein Nix, ey. Oder? Ja. Wir sind Host, keine eigenen Fahrzeuge. Wieso, wie? Was? Nix. Keine eigenen Fahrzeuge. Keine eigenen Fahrzeuge. Kein Winchartner? Doch. Doch. Wir müssen ja auch mal ernst sein. Was? Ja. Oh, da ist eine Kurve. Ach, da ist eine Kurve. Der Mann, der hat mich gerannt. Oh, hallo. Das kann ja mal passieren. Wirklich. Ähm. Eine Fahrzeuge aus. Was verlässt du? Der Drachenprophet. Was verlässt du? Weißt du? Drachenlord. Der Drachen. Oh Mann, ey. Nigger, nigger, nigger. Nimm ich mal den Drift-Thumper. Der sieht cool aus. 10.000. 10.000. Ich wette das Spiel. Ey, lassen. Das ist ein PJ. Ich bin Profi-Rennfahrer, steht da. Servus. Servus. Boah, ich hab'n Monster. Warum bin ich Letzter? Egal, dann komm' ich nach vorne. Gerusht. Ich bin... Gerusht. Rush B, Rush B. Ich bin Erster. Thumper. Was? Im Glück hab' ich den Start, äh, geschafft. Ich auch. Okay, da fliegen schon welche weg. Boah, ich glaub' den kaufe ich mir. Alter! Du Pisser. Ich glaub' den kaufe ich mir. Den Wagen hier in... Äh... Open World. Wo bist du? Wie viel da? Zweiter. Ernster? Der Bobo da, der ist, äh, vor mir. Der Bobo? Alter, jetzt bin ich Dritter. DJ Bobo? Ja. Das gibt's nicht! Ich wollte, ich wollte crashen, aber er ist nichts geworden. Ich bin Vierter. Scheiße, ey, ich crash den, also pass auf, ey. Komm schon. Nein, 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 nein. Ah, gut. Okay, da ist einer rausgefallen, ich bin Dritter. Nein. Ich nehm' mir Windschatten, bin jetzt Zweiter. Ja, sicher, Mann. Was, du nimmst die Windschatten? Ja. Äh, Windschatten, ja. Wo fährt denn der PJ eigentlich? Nein, 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 nein. Schade, Marmelade, Schokolade. Ja. Ich bin Zweiter. Ich bin Dritter, ich bin genau hinter dir, ey. Halt mal kurz an. Doch. Nee, nee. Doch. Pass schon, muss nicht sein. Alter, fliegt doch nicht so hoch. Kaka, Otto. Dann fliegt doch einer hinter mir kaputt. Äh, geil. Ey, hinter mir bist du. Ja. Du Arsch. Der Schwarze. Wie immer. Der Schwarze. Du Rassist. Dräckst du mich weg, du Pisser, ey. Hast du verdient, du Missgeburt. Der, wo High geschrieben hat, ist Erster, ne? Ja, sicher, ey. Ja, Mann, der dreht sich. Bitte. Auf dich crasht der, ey. Ah, nein, der hat's geschafft. Was ein Assi. Die sind alles Assis, ey. Können alle aus dem Spiel rausgehen. Direkt verlassen. Ja. Bannen, ey. Wie viele Runden hast du gemacht? Drei. Drei? Nein. Zwei? Zwei, drei. Nein, drei habe ich. Drei? Ja. Schwör? Ja. Wirklich? Ja. Lügst du? Nein. Echt nicht? Alter. Ich wollte dich verwirren. Wird nix. Ich bin ein Genie. Spass. Wie kann's passieren? Ey, ich bin genau hinter dem Ersten, ne? Ich muss ihn eigentlich nur überholen. Ich muss ihn eigentlich nur überholen. Ja, das wüsstest du. Das wüssten wir alle. Ja. Er soll hängen bleiben. Nein! Was passiert? Nix. Ich bin fast hängen geblieben. Komm, jetzt nehme ich Windschatten, du Pisser. Komm, gib mir Windschatten. Gib's. Mir. Hart. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich Windschatten. Jetzt ramm ich ihn und dann ist er weg vom Fenster. Echt? Weißt du, du beschwerst dich immer über die ganzen Assis, die dich, ne? Ey, das ist lebensnotwendig. Ja. Ja, ich habe ihn gerammt. Ich bin ein Arschloch. Boah, ich flieche hoch. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, Alter. Ich bin wieder da, ihr Pisser. Ich bin Dritter. Nein, ihr habt mich überholt. Ich komme, Bro. Hi. Fuck you. Ich habe die gerade Arsch zum Mund gegeben. Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Komm, 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 komm. Okay, jetzt muss ich die überholen. Komm, ich habe 10.000 gewettet, Mann. Warum mache ich auch sowas immer? Ich weiß nicht. Vor allem schon wieder Sherlock ist erster. Sherlock? Den, wo ich die ganze Zeit am Arsch geklebt habe. Das gibt es nicht. Das ist nicht witzig. Lach ich? Das ist ein Niedriges. Meine Ehre wurde beschmutzt. Ja, wurde die auch. Hast du morgen Bock auf Tarkov? Morgen? Ja. Äh, morgen ist das Zweiter, ne? Na und? Holen wir uns Feuer. Genau. Ich bin hinter dir. Hä? Ich bin Zweiter. Ja, ich bin Dritter. Ich bin hinter dir. Verpiss dich von mir. Komm, Süßer. Nix süß. Sogar sieht auch aus wie Salz. Ich weiß. Opfer. Ich hole die Schnur ein. Komm, gib mir Windschatten. Ja. Komm, komm, komm. Spring drüber, spring drüber. Wir haben den beide überholt. Jetzt überhole ich dich noch. Verpiss dich von mir. Bitte nicht. Du Arsch. Nein! Was ist das? Der hat sich... Ich überhole den für dich, mein Freund. Ey, ich bin Sechster. Ich habe den überholt. Das ist doch kacke. Ey, das stinkt so hart nach Scheiße gerade. So hart nach Magie. Magie? Ja. Das sagen doch immer Beatsmeet. Ey, und du bist auch noch erster Platz, Mann. Ja. Du stinkt hier. Du Waschbär. Ja, genau. Rammt mich auch noch in der Luft. Genau. Geh aus meinen Windschatten, du Pisser. Ja. Mann. Jetzt bin ich Neunter. Ich bin Letzter. Oh mein Gott, ey. Ist das geil. Wie? Ich bin Staatsfeind? Crew Rang 61. What the fuck? Ich bin Staatsfeind. Ich bin Staatsfeind. Ey, da wartet Ex auf dich. Ist da nicht nett? Ah, ne. Ein Arschloch, Alter. Was du das? Der da gefahren ist? Ne. Ich bin extra nicht ins Stil gefahren. Weil so eine Scheiße gebe ich mir nicht. What the fuck? 17.000, what the fuck? Lol. Level 57. Also wenn das mal nicht geil war. Yeah. Kann ich doch mal schreiben. First one. Servus, PJ. Servus. Unferdient hat dieser Schlinge gehabt. So knapp wie ich verletzt habe. Ja. Oh Mann, ey. Loopings über der Stadt hatten wir noch nicht kommen. Eins geht noch. Äh, ja. Eins geht noch. Ist das geil, ey. Ey, halbe Stunde haben wir noch. Ein, zwei Rändern für dich. Oh. Das hat sich gerade angehört, als ob du fabst. Mach ich auch. Ah. Äh. Ja. Zwei Runden oder drei. Äh, ich bin noch nicht einmal drin. Was ist hier los? Jetzt aber. PJ Acker Soziopath tritt bei. Ah, jetzt. Mach mal drei, ne. Hat man eine Chance immer zu gewinnen. Ja, guck mal. Was war das denn jetzt? Mein Knie gegen den Tisch. Oh Mann. Scherlux, oh ja, ich gonna fuck you. Oh, ich gonna rape you. Oh mein Gott. Beste Englische. Zu spät. Nein, nein, nichts ist zu spät. Toyota. Wo ist denn der Scherlux? Ach da, Scherlux L. Alter, mach mal ein eigenes Fahrzeug aus, bitte. Das ist für die absoluten Pfeifen. Hä, hab ich doch gemacht, du Bobo. Oh, doch nicht. Scheiße. Doch, ist aus. Ne, ich kann mein eigenes benutzen. Ah ne, Outfit ist das, Outfit ist das. Schreib doch. Ist doch aus, du Lappen. Hab ich doch. Ach so. Schreib mir jetzt. Nur. Äh. Äh. Nice one. Alter, das ging jetzt schnell. Ja, schon, ey. Pass auf, gleich eins bloß. Ja, ich drück jetzt. Pass auf. Ne. Jetzt geht's perfekt. Oh. Oh, abgespritzt. Ja klar, der eine vor mir bleibt stehen, Mann. Was ist denn da? Das ist doch ein Assi. Das ist bestimmt der Scherlux. Ich fick ihn. Alter, die rapen sich ja alle hinter mir. Ja. Boah, ich muss hier weg. Ja, ich muss auch weg. Weg von euch. Ich bin sechster, Mann. Was ist das? Oh, Mann. Das ist doch unwahr, Alter. Hat mir das wirklich noch nicht irgendwie, weil sie... Ne. Alter. Was ne kranke Sche... Oh, what the fuck. What the fuck, was ist hier los? Oh mein Gott, ich seh nichts. Oh Gott. Nehmst du eigentlich auf? Nein. Nein. Nicht. Was, was, was? Nimmst du auf? Ja klar nehm ich auf. Okay. Alter, du Bastard. Verdient, verdient, verdient. Der ist voll... Verdient. Der ist voll an mir dran gecrasht, ey. Gecrasht? Ich kann nicht mehr reden jetzt, ey. Ich cratsche auch immer. Ich cratsche jetzt was raus, pass auf. Ja, ich cratsche jetzt ne... Den Sieg raus. Scheiß Geburt raus, Alter. Bistig. Nein. Ab in die Klapse. Nein. Bistig. Das war ich, Alter. Ja, ich weiß. Mon, ey. Ich hab's ja gelesen, deswegen wollte ich dich rashen, äh, crashen. Rashen? Wieso bist du... Du bist auf dem ersten Platz? Ne, ich bin auf dem ersten Platz. Ne, ich bin dritter. Alter, wann ist das? Ich bin... Was zur Hölle ist diese Map? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Oh, ich bin hinter dir. Oh. Oh, oh. Bang, bang. Ich fliege. Ja, du auch. E.T. E.T., telefonier nach Haus. Ich komme, ich bin hinter dir. Ja, und hinter dir ist auch noch einer. Oh, Mann. Er überholt mich natürlich. Egal, ich nehme seinen Windschatten. Ich missbrauche ihn. Pass auf, pass auf jetzt. BAM! Danke. Ich bin einfach über euch geflogen. Ich steig den Mittelfinger. Nein! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Roboter. Roboter. Äh, 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 kann ich mich. Kann ich mich. Kann ich mich. Der eine vor mir wackelt voll rum. Der legt voll. Der twerkt. Der twerkt. Der twerkt? Ja. Mit seinem Auto. Mit der Bucket. Okay. Krieg dich, du Bitch. Ich bin Sechster, Mann. Echt? Gönn dir. Komm, spring über ihn. Spring über ihn, PJ. Ja, und du... Nein! Ja! Ich bin Erster. Ich habe 10.000 gewettet. Hoffentlich hat noch jemand gewettet. Oh mein Gott, der kommt aber schnell zurück. Oh mein Gott, Alter. Scheiße. Oh mein Gott. Hinter mir ist einer. Oh mein Bein juckt. Mein Bein juckt. Scheiße. Wie viele Runden hast du gemacht? Drei? Ja. Oh Mann. Hättest du nicht zwei machen können? Ich bin gerade Erster. Du hast doch noch nichts drei gesagt. Ja, mach doll. Nein, habe ich nicht. Wow, da ist einer über mich gesprungen. Irgend so ein Piss als Letzter. Die Map ist aber cool, ey. Ja. Abgefuckt ist sie. Ja, ein bisschen. Oh, da ist ein Haus. Halt die Fresse. Der regt sich auf, dass er immer gecrashed wird. Das soll er heulen. Heulen doch. Ja, aber wenn es eine Fresse ist und du dich an den anderen hattest, dann ist das okay. Ich will mein Auto hören. Ich will mein Auto hören. Es ist besser als die scheiß Pickelfressen-Stimme von der von dem von der 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 Vielleicht hat er einen Wald mit tiefer Stimme. Oh Mann, hinter mir ist immer noch der Typ der soll mich mal in Ruhe lassen. Alter, er sollte sich doch eine andere Lobby suchen, der Po-Bo, ey. Soll er nicht weiter fahren? Ja, wenn er die ganze Zeit durch. Ey, ich werde gecrashed. Na, ganz ehrlich ey, der kann doch nix. Wie viel da bist du? Fünfter. Okay. Der King ist erster. Scheiße, der holt auf, der holt. Die holen alle auf, Mann. Die sind mir viel zu nah. Boah, der kommt immer näher, ey. Der crashed mich. Ich glaub, haben die sich gecrashed? Nee, der ist gecrashed. Oh, nee. Nein! Nein! Ey, Mann, ich hab den Checkpoint verpasst. Mann, ey. Hi PJ. Das ist doch schon... Ist nicht witzig. Ich find das witzig. Ey, ich hab den verfickten Checkpoint verpasst. Wie ist das möglich? Und Sherlock ist auf dem ersten Platz. Nee, das kommt mir. Nee, das kommt mir. Vorbei. Erzfeind. Erzfeind. Nee, Erzfeind Sherlock. Egal, ich bin hinter euch. Ich geb mir jetzt Windschatten. Komm, gib mir Windschatten. Von mir oder wat? Nee, nee, von dem. Das ist mir egal. Ach, du bist Erster? Ja. Ich komme, Bro. Nein. Geh doch aus, mein Windschatten, du Arsch! Ja, Mann! Nein! Ja, Mann! Du hast dich, Alter, ja! Nein, fuck! Nein, der ist hinter mir. Oh mein Gott. Alexan! Ich bin Obi-Wan. Okay, PJ, alles klar. Ja. Ey, ich bin Erster. Hast du gesehen? Nein, du bist nicht Erster. Doch, stand doch, da links. Der King ist Erster. Nein! Ey, verfick die Kacke. Na King, bist immer noch Erster. Fick dich! Sherlock ist Erster. Nein! Ey, nee, oder? Sherlock ist Erster. Ja. Ey, Mann, dieser Bobo. 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 Hast du von mir. Ja, ich weiß. Du lernst. Du lernst sehr schnell, wie junge Paar da waren. Crash doch mal bitte vor mir. Crash doch mal, komm. Ja. Hm, der ist gecrashed! Ja, und ich will aufholen vielleicht? Oh, nee, da ist schon das Ziel, ey. Komm, wenigstens Dritter. Ich bin Erster. Ich bin... WTF? Komm, wenigstens Dritter. Nein! Ich bin Erster. Ich bin Vierter. Ich war so schön Erster und dann mach ich so'n Fehler, Alter. Ich hätte Erster sein können. Oh mein Gott, ich bin Erster, im Ernst. Hätte, hätte, Fahrradkette. Dead. Wappne Scheiße, ey. Na King, wo bist du? Fick dich! Oh Mann, ey. Ist das geil. Roman Running ist der Fun-Race. Du araliert. Hört euch mal auf zu beleidigen, ey. Ich dulde sowas nicht in meiner Lobby. Sagt der, hätte er selber beleidigt. Ich hab noch gar nicht beleidigt. Die Pickelfress ist doch immer die... Ja, ist das. Ich stell mir immer so vor, dass das so'n richtiger Nerd ist. So richtig so mit Pickel, so... Schmandhaare und so, ey. Schmandhaare? Was? Oh Mann, ey. Naja. Dislike. Dis... Der True-Killy. On Twitch. Sag mal gucken, warte mal. Rami meint halt mal die Fresse, du rammst selbst wie ein Irrer. Gerade... Im Rennen. Ein Rennen mach ich noch, dann würde ich kommen. So, welches Rennen? Was? Schon eben mit nem Race. Du Schwätzer. Ich liebe euch alle meine Freunde. Fucking Englisch. Drei? Ne, zwei. Machen wir. Ach, das ist wieder hier. Turbine. Spieler tritt bei, bitte warten. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, Propellerscheiße wieder. Ja. Lass diesmal, ähm, links machen. Motorrad. Dann sind wir schneller und dann, ähm, können wir uns auch nicht so kicken. Läck meinen Arschloch. Läck meinen Arschloch. PJ, ey, der... Der... Läck meinen Arschloch. Läck meinen Arschloch. Das ist gut. Oh, Mann, ey. Hier legt die Party ab. Oh, geht die Party ab. Hier, geht die Party ab. Drop the bass. Drop the bass. 10.000 erstmal. Wie macht man eigentlich voice shit? Weiß ich nicht. V vielleicht? Hallo? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Nein, ich bin V. Hallo, hallo, hallo. Nee. Also, ich guck gleich mal, wenn wir draußen sind und... Dings... Ich bin letzter, wieso bin ich letzter? Verdient. Find ich... Find ich aber nicht lustig. Ey, wie die alle Autos haben. Ne, einer ist dann... Einer ist mit Motorrad. Was hast du? Motorrad. Vor mir ist Vorbeit und ich crash ihn gleich. Da ist schon einer, aber... Oh mein Gott, ey. Wo bist du? Was für ein Auto? Erster Platz bin ich. Was? Wie war's? Ich hab mich von nach vorne gebeugt, irgendwie. Ja, toll. Jetzt bin ich letzter wieder. Oh man. Sherlock ist erster Platz. Ey, ich hasse den Bastard. Ich krieg Ausrastung bei dem, ey. Oh man. Ey, morgen wird heute richtig lustig mit Advanced Warfare. Wenn halt jetzt schon hier so ist. Verfliss dich, du Mutterficker. Bam, Alter, hab ich... Nein! Nein, 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 nein! Oh, er hat die Fresse. Mal ganz ehrlich, der fuckt langsam voll ab. Ey, du bist hinter mir. Geh weg, du Arschloch! Du f*** dich! Oh man. Nein. Tut mir leid, Bro. Ich hasse dich. Du lebst mich in Maris. Was macht der da? Oh mein... Alter. What? Yo. Yo. Alter, was ist denn das? Ey, das ist asozial, ne? GTA 5? Ist das? Ja. Was macht der einer denn dann? Der ist ja irgendwie runtergeklatscht. Der fährt ja ganze Zeit da unten rum und denkt sich so, wow. Was mach ich hier? Ey, ohne Witz, ne? Ey, der hat mich voll an den Alex auf Englisch irgendwie. Auf dem Train, aus dem... Du meinst Voodoo. Weißt ja nicht Train, ist nicht Voodoo der andere? Voodoo ist der Ghetto-Kid. Ich meinte den, ähm... Den Loot-Loot-Junge. Mann. Ja, das ist Voodoo. Der hat mich voll an den Alex irgendwie. Voodoo? Voodoo dann halt, mein Gott. Noch. Gibt kein Gott. Es gibt noch PJ. Ja. Ey, nein. Ich crashe schon wieder, Alter. Ich bin Sechster. Nö, ich bin Siebter, kannst du gar nicht sein. Ich bin Siebter, hallo. Oha, bist du weit hinten. Warum bist du so weit hinten? Ja, weil... Weil du mich gecrashed hast, Mann. Oh, ich hätte echt sieben Runden machen müssen, ey. Nach der Hälfte hat keiner mehr Bock. Mhm. Halt mal bitte an. Nein. Ja, ich habe angehalten, weil ich gecrashed bin. Danke. Gehen geschehen. Warte auf mich daneben. Nein. Warum? Nein. Ey, der Schassbettuch ist so lahmarschig, Mann. Behalte dich. Runde 2 von 2. Ja, ich jetzt auch. Ey, da steht mitten einer im Weg. Der Vorarbeit. Ich sehe nur auf der Karte, wie du den mitnimmst. Pass auf, ne. Der crasht dich. Der ist im Rage-Modus. Was? Fuck. Ich bin runtergefallen. Kriege ich den noch? Kriege ich den noch? Nein, ich kriege den nicht. Boah, was ist ein Arschloch, Alter. Ich rape den. Der fährt zurück. Was macht der da? Der ist bestimmt so ein Zwölfjähriger. Spass. Da wollte mich einer rammen, ey. Was ist los? Mann. Ich wollte auf mein Handy gucken. Da kam so ein Sch... Ich habe hier angehört, als ob du ein Rage... Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Ey, das ist so billig, Alter. Wie eine Schlampe. Ja. Billige Schlampe. Hinter mir bist du. Ja. Da ist er. Ich komme näher. Nachher muss ich erst mal die Videos schneiden, ey. Nein. Zum Glück bist du auch gecrasht. Aber ich bin immer noch nah dran. Echt? Ja. Ist jetzt letztes Rennen, ne? Warum? Ja, komm mal vor. In der Ruhe. Drei Viertel haben wir. Halt mal kurz an. Nein. Ich will dir was zeigen. Ja, ich will dir auch was zeigen. Ja komm. In echten Hausen. Ich fahre mich halt schon ein bisschen an, grad. Mach's sehnisch. Doch, schau. Aber um mich wieder zu crashen, ne? Ja, und was hast du vor? Mich crashen? Ja, wieder mit meinem Motorrad. Mir auf dem Hinterreifen spucken. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ist Gritter geworden. Da freut sich der PJ. Ich hätte gedacht, du schaffst es nicht mehr. Komm, den überholen wir. Komm, komm, komm. Du schaffst es eh nicht mehr ins Ziel. Doch. Voll am rumschreien, ey. Oh man, 1000. Hab ich nicht ganz meinen Mund getroffen. So. Ich geh jetzt out the game. Was? Ich geh jetzt aus dem Spiel raus. Zehn Minuten noch.